Auf dieser Party sind alle hier am Skifahren! Wir waren hier gratis bei uns sicher! Herzlich willkommen zurück zu ADMessiTV. Die Lockerungen des Bundes sind hier und der Sommer auch und damit auch die ganzen Partys. Und darum haben wir gefunden, es wird mal wieder Zeit für ADMessi an der Party. Und Leni hat uns eingeladen. Schön hast du uns eingeladen, ich danke dir tausend. Erstmal Happy Birthday. Wie jung alt bist du? 21. Und wer sich jetzt so denkt, während Corona eine Party? Was? No what? Ja, Leni hat für Schutzkonzepte gesorgt und zusätzlich offiziell angemeldet. Von daher kommen wir gerne Tag und Filme heute Abend. Und ich hoffe, es wird eine gute Party. Gehen wir mal runter. Auf jeden Fall, gehen wir mal runter. Let's go! Hoi! Ich brauche dich ganz kurz. Schon? Ja, für den Clickbait auf YouTube. Ah! Oh mein Gott. Das ist ein neues Kompliment heutzutage. Vicky! Also ich nehme dich sicher so als Thumbnail für das Video und dann kommt das gut. Okay. Ja, ja. Wir haben heute gar kein Drehbuch, oder? Ja. Das heisst, du bist echt komplett frei, über was wir reden können. Haben wir Fragen, die ich euch fragen könnte? Nein, das ist brutal da. Hammer! Okay. Ob sie genug Drogen geschmissen haben? Hast du genug Drogen geschmissen? Nein. Auf dieser Party sind alle am Skifahren oder haben irgendwie Schubladen von Ikea am rumschütteln? Es ist unglaublich. Ich hatte nur Alkohol, aber wirklich sehr geil. Wir brauchen keine andere Drogen. Alkohol ist einzig, was wir brauchen Drogen. Ja, ja. Also weisst du, ich bin eigentlich Abonnent. Sind ihr wie 50 Abonnenten von dir? Eher, Mann. Eher, Mann. Aber jetzt habe ich gedacht, es kommt ein richtiges Interview. Aber ich berechne. Ja, aber du, ja, sorry. Nein, aber wenn du Abonnent bist von der Messe, dann solltest du wissen, dass wir unvorbereitet sind. Dass wir minimalistisch sind. Und von morgen auch austreien. Bis zum Leben, Alter. Schau. Ich schaue ab und zu hier rein. Ja. Und ich feiere einfach so die Minimalistik, die ich mache. Und einfach auch so den Deep-Tag, den ich mache. Wir wollen einen Deep-Tag machen? Nein. Ja, selbst. Okay, über was reden wir? Heute. Ich würde sagen, es tut einfach gut, dass wir wieder mal unter den Leuten sein. Das ist super geil, Mann. Du bist aber auch direkt vom Kaufmann. Ja, eher schön. Hast du so etwas am Stadion gesehen, oder? Ja, es kommt drauf an. Je nachdem, im Mac läuft auch immer so ganz gute Musik. Die Nack ist brutal, ja. Äh. Äh. Eine andere Message als Stadisinnen. 8309, 831, freist alles. Was ist das? Bretonniere. Hundebange. Berliner Luft. Berliner Luft. Boah, best. Ja, oben, haus, weisst du. Machen Sie auch mit? Was? An der Party. Machen Sie auch mit? Hey, ich filme ja nur. Du bist jetzt wirklich auf, wie das Interview hier herkommt. Hey, hey, hey. Aber deinen Spass hast du nicht, oder? Nein. Ohne Scheisse. Gehen wir raven. Nein. Nein. Also mir ist vorhin gesagt worden, ich soll fragen, wie viele Drogen du schon konsumiert hast oder auch genug Drogen konsumiert hast. Ja, ich würde einfach sagen, ich bleibe im Alkohol, das reicht mir. Ich will einfach das Leben geniessen. Und ich sage nur, Only Good Life. Bist du so Young Gushy 2.0? Oh, das ist eine fette Beleidigung. Der Padafaka. Das ist der Siscon live da. Das ist der Siscon live da. Oh, arme Truppe. Der Jan ist breiter. Nein, leider nicht. Das ist ein gratis Bier. Was machst du denn hier? Ich trinke mich gerade kohlfreier Bier. Ganz ehrlich, er wird sich doch einfach wieder in so ein Messe-Video reinschmuggeln. Ja, ich habe eben gehört, was du eigentlich wunschst. Ja, ja, ja. Hallo. Was macht ihr denn da? Ja, saufen. Saufen? Ich darf eben noch nicht, ich muss mich noch ein bisschen zusammenreissen. Aber nach dem Schaffen, ganz klar. Hey, willst du auch noch ein paar Leute interviewen? Nein. Sie macht es lieber mit den Bachelor-Kandidaten. Ja, genau. Weil, ja. Also, ja. Was ist der Plan heute für dich da an der Party? Ja, Bro. Leben geniessen. Ja. Spass haben, Bro. Und einfach eine geile Party. Abgas. Leben geniessen. Ja. 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 E Россisch. 1. Ich würde mich zum Video auf YouTube. Ja. 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 Ich würde mich jetzt zu Falken auf YouTube. Jean. Ja. Bis zum nächsten Mal.